Weißt du noch? Welches ältere Ehepaar kennt es nicht? Die Kinder sind aus dem Haus, man ist allein und die Zukunft, besser nicht dran denken. Marianne und Günther, das von uns gespielte Ehepaar, die haben sich daran gewöhnt. Viel Liebe ist nicht mehr geblieben zwischen ihnen. Stattdessen herrscht jeden Tag die gleiche Routine. Und seit einiger Zeit beginnt auch noch Günthers Gedächtnis nachzumachen. Günther, also deine Marianne wird ja wohl auch immer schusseliger und vergesslicher. Ja, ja, wie auch immer. Jedenfalls hat Günther nun auch noch den Hochzeitstag vergessen. Nein, hat er eben nicht. Er hat seinen Freund Heinz getroffen und der hat ihm zwei von jenen Wunderpillen besorgt, die er selbst schon ausprobiert hat. Eine Pille, die auf verblüffende Weise die Erinnerungen zurückbringen soll. Marianne und Günther wagen es, schlucken die Pillen und schon nach einer halben Stunde beginnt die wundersame Wirkung einzusetzen. Gemeinsam reisen sie in der Zeit zurück. Bis zu jenem Moment vor unendlich langer Zeit, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Doch leider hält die Wirkung der Pille nicht ewig. Ach, schauen Sie selbst. Weißt du noch? Unsere neue Komödie, jetzt nur im Kino. Wir haben vergessen zu lachen, zu tanzen, zu lieben. Wir haben uns vergessen. Du bist eine wunderschöne Frau. Dass du mir das noch einmal sagst. Oh, Günther! Wir leben noch zehn Jahre. Was ist dein Plan? Please let me start again. Wir leben noch zehn Jahre. 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 Vielen Dank.